Ich bin Martoha, ich bin in der Militärklasse. Stilke standen, rechts um, links um. Ich mache Ausbildung als Logistiker. In meiner Arbeit trage ich einen Kutzkern. Ich fahre Gabelstapler und Lieferungsauto. Ich trage Kisten und Karte aus. Im Büro arbeite ich am Computer und am Telefon. Ich erstelle meine Dokumente, Anfragen, Angebote, Freibrieche, Litzerscheine, Rechnungen und Bestellungen. In der Schule lerne ich von den Besten. Was sagt meine Familie dazu? Gute Entscheidung meine Ankelinie. Ich bin stolz auf dich. Ich möchte internationalen Arbeiten und Transport organisieren. Deutsch kann nur helfen. Das geht, meine Angehörigen. Das geht, meine Angehörigen. Ich bin stolz auf dich. Ich meine Angehörigen. Untertitelung des ZDF, 2020